wie hat das so eine Ähnlichkeit warte mal, hier gab's doch Blazes, ne warte mal die Blazes die machen Feuer ich weiß nicht wie viel wir im Feuer aushalten deswegen, ich will's nicht ausprobieren egal, ich schon doch warte, hier ist doch Feuer hm wir bekommen sehr viel Schaden im normalen Feuer wenn wir angefackelt werden ach, Marc Maslow wow Frame-Einbrüche for the win ich halt einfach mal auf normal boah, ne, ich will hier raus komm, Fem, kommst du mit? ne, da ist langweilig hier liegen noch Goldnuggets, können wir auch nicht gebrauchen kommt her, Schweinemenschen eigentlich können wir die mich gar nicht gebrauchen, außer dass es noch bessere ist äh, kämpfst du gerade gegen nen Gast, oder was ist los? what the fuck lava Bist du in die Lava gefallen? nein Alter jetzt komm zurück zum Portal ja, ich bin grad unterwegs ich will nicht testen, ob man in der Lava stirbt obwohl ich auch nicht sagen wir es mal so, wir können es ja zuhause testen wir haben ja genug Red Matter und genug Dark Matter wir können uns noch ne neue Rüstung bauen wenn du mir sagst wo das Portal ist hier hinten bei mir aber es wäre eigentlich verstorben ja, es wäre Verschwendung, aber man könnte ja dadurch nachgucken ob wir durch Lava sterben äh, wenn du durch Feuer schon kein Schaden bekommst aber Lava ist ja kontinuierlich Lava ist ja mehr Schaden und alles nein, du baust nicht das Portal ab obwohl jetzt könnten wir es abbauen weil ich glaub nicht, dass wir mehr näher müssen, oder? nein, du baust es nicht ab gut, dann bau es ab ich setze es wieder hin ach, ich hab keinen Platz im Inventar, dann lass ich's ich hab aber einen Platz im Inventar what da? ah? ja, hier ist, äh, Redstone das war ich nicht das war ich nicht lass uns hier mal noch weiter suchen gehen folgt mir beginnt äh, nö äh, ne immer noch nicht wenn sie nach... wenn sie... warte mal, da ist... da ist Licht ich hab... wenn du mir ein Eisen gibst ich hab auch Flint ich hab... ich hab kein Eisen ich hab nur Tin ich hab, äh, wenn mehr Eisen brutzelt ich hab nämlich Eisen dabei ähm, und ich hab... Lava gefunden ok, lass reingehen man bekommt keinen Schaden ich bekomm keinen Schaden echt? dumm haha was ist hier gerade explodiert hä? ich hab nichts gehört okay, ich glaub... ach, das kommt wenn man in Lava rein wir sollten aufhören es leckt sonst noch irgendwann zu sehr das ist ja geil ja, ich find's geil wir haben ja eigentlich gar keine Chance mehr na, so gesehen, nein außer sie haben ein Force Field weil durch ein Force Field kommt man noch nicht mal mit einer Atombombe apropos Atombombe ich würd hier gerne mal wieder rauskommen riech riech jetzt kommm der war weg oh der war weg bom tot öh, äh, wo bist du jetzt hin? ja, ich bin da schon draußen und ich bin hinter dir ja, ich bin da schon draußen ich bin schon draußen, da ich bin schon draußen, da oh, mein... mein Internet schon gerade voll rum warte ich komm irgendwie leckt's bei mir wo seid mir? auch immer noch da bei der Lava? nein was braucht man eigentlich für eine Atombombe? ich hab NOVA-Kataklysum die Dinger sind auch äh, gib einfach Nuke ein Nuke so, Air äh, super, es gibt kein Rezept für eine Nuke nur oh man ich hab mal die dann rumprobieren YouTube-Videos egal, Richie, mach hin und komm ich bin schon fast wieder beim Home wieso gehst du nach Hause? wir suchen die jetzt ja, ich bin dabei, ich glaub hier gerade alles um warte mal, ich äh, Richie, äh Daniel, kommst du damit? suchen wir äh, ja, ich bin wenn ihr mal sagt, welch war die Nachbierseite und kann nicht kommen mhm ich hab ne Idee, oder so oder wir teilen uns wieder auf und suchen und dann, wenn einer so gefunden hat, sagt er Bescheid auch gut gut, auch oder wir trennen allein Wein und Metzeln sie komplett ab geht auch ich grab mich jetzt hier mal ein bisschen runter äh, ähm, killt ne Muske auch bei Red Matter One-Hit was ist Red Matter, was ist One-Hit? Muske, ähm, bei Red Matter auch One-Hit ist äh, weiß ich nicht ich weiß nicht, ob ne Muskete Schaden macht what the fuck, Alter, ist es hier geil wo? was ist da? boah wo bist denn du? vollhammer, vollhammer, vollhammer was machst denn du grad? ich hab mich grad blöd runter gebaut und bin ein volles geile Ding in der Lande wow, happy birthday Hackett hat so geile Generierungen lol, waren wir hier drinnen? wo? da äh, äh, ich das sieht aber nicht nach ich glaub ich hab glaub ich hab mich da mal hoch gebaut mal egal, komm als ich in der Base war also in der alten Base wollen wir mal wieder in Vulkan oder so schauen? ne ich glaub nicht mehr ich glaub nicht mehr ich glaub nicht mehr, dass sie jetzt wieder so blöd sind und in den Vulkan gehen treffen wir uns nochmal beim Spawn ich will mit euch laufen, ist die Coole hm, wir sind grade 200 Meter vom Spawn entfernt ähm, warte wenn du beim Spawn bist, geh durch den Dschungel geradeaus durch dann kommst du zum Schneebium und dahinter ist der Sumpf, ist ein Sumpfbium, da sind wir grade ok, wenn ihr wartet ja ja, ich geh nur noch dahin, ich geh zu meinem Loch, das ich gegraben habe mit der, mit dem, äh, Dings, wie heißt das? Morgenstern, kommst du mit? ja, dann siehst du, was ich damit gemacht habe, das ist schon scheiß den keiner braucht wie ging nochmal die Map? äh, äh äh die ätzend ach so ja, Creeper, spreng dich in die Luft, das ist nicht so nicht geil durch Creeper bekommen wir auch keinen Schaden? doch, 3,5, aber nur wenn du direkt neben dir stehst mit dann sagen wir es so, wir bekommen durch Creeper keine Schaden richtig ja, Loch, wo bist du? du bist warte da, wo bist du? äh ha seit der wird das Schnee, bin, binom schon durch? äh, ja also wir sind grade im Schneebium ok, ich seh dich nicht mehr, ich dich verloren wegen meinem Internet, du, aber alles, du, hallo, hinter dir, ich bin hinter dir redig um ach da, frei ich geh jetzt hier einfach da in den Dschungel hier hin, da wo hier das Loch ist, was ich gegraben habe, schätze ich mal ja, das war ich, so ein Kleck, das Teil nicht noch beim Biss hier war er, äh, ich ich bin jetzt im Schneebium ich bin jetzt im Schneebium ich bin jetzt im Schneebium was ist das da vorne, ich will wissen was das da vorne ist, zeig mir was lol, was ist ein cooles Loch lol, hier ist ein Creeper hochgegangen lol, wo seid ihr? ich bin im Sumpf ja, ich auch äh, ich chat, äh, äh bist du bei den Riesenlöschern? ja, ja ja gut, ich komm zurück ich muss erst mal was essen so, jetzt komm in den Sumpf da bist du, hallo warte, Begrüßungsschlag haha ja, gut machen wir bei uns mit dem Morgenstern eigentlich Damage? bei, äh, Tackett keine Rückwaltung Tackett abgeschmiert nein doch nicht, nein alles umgraben ist schon mal lustig ja, irgendwie schon, ne ich stelle mal, Alter, wie das auf dem Minimab aussieht was machst du mit dem Morgenstern? hm? bei mir kommen denn die ganze Zeit diese roten Kugeln diese schwarzen Kugeln raus wenn du ab, wenn du was abbaust das kommt bei mir, also bei dir auch also wenn ich abbaue, sehe ich bei mir nur das ganz normale, ähm da hm oh, was ja lalalalalala lalalalalala mach schon rum, ey, das kann's doch nicht sein das sieht so aus, als wäre hier eine Meinungswerte gewesen ne, ne, ne meinungswerte mein Tattel baut nicht sooo blöd ach komm, was soll's, ich bau mich mit Holz hoch bist du in nem Loch, das ich mir grade eingebuddelt hab hallo hallo ich hab mich nach hier hoher hochgebaut drück mal C Loi, Hammer Mega Impact Mode Loi badelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele öl ich find's geil mach mal kann man auch beim, beim schwert h? Slay Agro Mode. Das Wort AOE will harm aggressive only. AOE will harm peaceful and aggressive. Das heißt, jetzt schadet mein Schwert nur Monstern und anderen Spielern. Aber ich war lieber bei dem Teil. Blablablabla. Du kannst es bei der Spitze hier auch machen. Ich habe aber gerade keinen Spitzhacken mit, da mir das Teil hier reicht. Na gut, ich komme wieder hoch. Gut, ich glaube, wir sollten aufhören rumzuspielen und die weiter suchen. Habe ich doch gemacht, ich habe ja alles umgegrafen. Und wo ist Daniel? Glaub bei den Bugs noch. Glaubst bei ihm Bugs noch? Ich bin in ein Loch gelandet. Ich habe gerade gedacht, da oben fliegt einer. Nein, das war nur ein Stück Gras. LOL, ich habe sie gefunden, ich habe sie gefunden. Sie fliegen mit Jetpacks. LOL. Warte, ich komme hoch. Komm zu mir. Warte, ich muss mich hochbauen. Es sind alle drei. LOL. Was geht mit dem? Ich renne einfach weg, ich renne weg. Ich mache so, als hätte ich nichts. Ich renne einfach weg. Hast du Rüstung ausgezogen? Nein, nein, ich habe alle. Ich habe noch alles an, aber ich suche. Wo bist du? Wo bist du? Ich komme gerade aus dem Loch raus. Aus welchem Loch? Ach, da ist Daniel. Nein, hier ist Daniel. Ich bin bei Daniel. Ich bin bei Daniel. So, ich bin da. Komm zu Daniel. Schnell. Da ist Wing Zero. Da ist Wing Zero. Dolly Dono Muslima Blackwood Pass. Ist mir egal. So, ähm, ich bin wieder da. Ich bugge hier immer noch rum. Echt? Ja. Durch mich. Na, falsch platziert. Alles super. Jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Na, ich baue alles falsch. Wo sind die hin? No, goll. Auf jeden Fall hat er die Items mitgenommen. So. Generator. Ähm. Da ist die Atelier geschrieben, oder? Das ist ne Newt. Das ist ne Newt. Wirst du mich rollen? Nein. Weg hier. Weg. Weg. Rent. 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 Rent einfach. What the fuck. Hast du Schaden bekommen? Nein. Kommt. Alter. Die Newt ist hochgegangen. Alter. Und die, echt? Die hatten die ne? Die hatten ne Newt. Wir sind nur, hey, da liegt TNT. Boah. Das ist ne Newt, come up. Ja, ich habe einfach nur das Newt-Zeichen gesehen. No. Ich back rum, ich back rum, ich back rum, ich back rum. Dani. What the fuck? Ich back rum. Nein, das ist doch gar nicht Newt gewesen. Wie kommst du da raus? Lol, so. So, hier haben wir noch einmal. Ich mach einfach mal. Was ist denn das? Das ist einfach der Generator und das ist ein Electric Firenest. Ne, komm. Rennen wir ihn hinterher. Aber erst mal, wir müssen gucken, was den Newt für einen Schaden gemacht hat. What the fuck, ey. Nur wenig. So. Alter. Das ist jetzt. Ne, drei. Ich will das. Ich will noch.